Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Der Norden Indiens ist bekannt für das Taj Mahal, die Königsstadt Rajasthan und seine außergewöhnliche Küche. Dank des Restaurants Agra Mahal müssen Ludwigshafener nicht auf den Subkontinent reisen, um diese einmalige Kulinarik zu genießen. Vor allem die traditionellen nordindischen Tandoori-Spezialitäten und würzigen Curry-Gerichte haben es Feinschmeckern angetan. Aber auch Lamm, Fisch, Meeresfrüchte sowie vegetarische und vegane Köstlichkeiten wissen die Köche des Hauses wunderbar zuzubereiten. Sie mögen es gerne scharf? Hier haben sie die Möglichkeit, den gewünschten Schärfegrad bei der Bestellung anzugeben. Und wer einmal wie ein indischer Mogul feiern möchte, findet in dem gemütlichen Genusstempel eine perfekte Location für Veranstaltungen aller Art. Zudem betreibt Lokalchef Dinesh Kumar einen Partyservice und eine zweite Gaststätte in Heidelberg. Restaurant Agra Mahal – die ganze Vielfalt der indischen Küche am Ufer des Rheins.